Willkommen zu einem, ja, Social Media Update, könnte man es nennen. Und zwar, das alte Video, ich habe glaube ich mal ein Video zu Social Media Sachen, also zu den sozialen Netzwerken, wo ich überall zu finden bin, whatever. Da habe ich glaube ich mal ein Video darüber gemacht, das ist aber schon ein paar Tage her. Ja, da habe ich auch gesagt, dass ich halt keine Leute in PSN annehme, was ich auch immer noch nicht tue. Den Grund verrate ich euch jetzt einfach mal. Weil ich es, weil ich erstens keinen Sinn drin sehe und ja, und zweitens habe ich keinen Bock mitten beim Spielen angeschrieben zu werden. Das ist eine Sache, ja ne, das sind eigentlich die beiden Sachen. Selbiges gilt bei Steam, bei Origin, mittlerweile auch Skype. Dann werde ich auch grundsätzlich erstmal keinen annehmen, es sei denn irgendwelche speziellen Gründe, ich muss ja die Tage auch mal eine Liste mal etwas sortieren wieder. Ne? Ja, aber worum es hier heute geht, ist nicht das. Nein, 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 das eigentlich eher weniger. Da habe ich das vorbereitete. Ja, wo ihr mich überall finden könnt, heißt wo ich sozusagen Social Media Aktivitäten betreibe. Das einmal hier natürlich auf YouTube, in Form von Let's Plays. Mittlerweile über 50 Projekte, da könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Dann einmal auf Twitter. Registrieren und mir dann eine Frage stellen. Aber wenn ihr euch nicht registrieren wollt, könnt ihr halt auch, ja, mir hier so eine anonyme Frage stellen. Ich weiß aber nicht, ob ihr dann, ihr kriegt dann eigentlich keine Nachricht, wenn ich geantwortet habe. Also, genauso wie wenn ihr keinen Twitter habt und mir trotzdem irgendwie auf Twitter folgen wollt, könnt ihr euch auch ein Lesezeichen machen. Bei Firefox geht das hier. Dann könnt ihr euch das auch hier auf die Lesezeichen-Symbolleiste legen, die ich jetzt hier ausgeblendet habe. Ne? Also, Lesezeichen gehen genauso. Selbiges bei YouTube, so könnt ihr euch ein Lesezeichen vom Kanal machen. Am besten von der Videopage, da seht ihr dann sofort alles, was hochgeladen wurde. Der Bildschirm ist jetzt hier verkleinert worden. Nicht, dass ihr euch wundert, dass das alles so groß wirkt. Nur damit das halt besser ins Video passt. Ich will jetzt nicht die volle Auflösung vom Monitor nehmen. Das ist ein bisschen, dann ist das alles so klein und, ach, nein. Ne? Also, entweder abonnieren oder, ja, okay, ja doch, entweder abonnieren oder Lesezeichen für Kanal für Videos. Und wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, Lesezeichen oder hier über die Funktion folgen. Verpasst man eigentlich relativ wenig. Es sei denn, man hat irgendwie, man folgt irgendwie 100 Leuten, dann, ja. Selbiges hier, wenn ihr mir hier anonym eine Frage stellt, ohne dass ihr registriert seid, auch besser Lesezeichen machen und gucken, ist eure Frage dabei. So viele sind es ja nicht. Nicht, dass ich jetzt, ne? Es ist relativ übersichtlich, man sollte es eigentlich dann mitbekommen. So kommen wir, ja doch, das ist eigentlich sehr ungeordnet hier, aber egal. Kommen wir zu den Livestreams. Aktuell mache ich noch relativ wenig Livestreams. Es sind eigentlich mehrere geplant. Nur, das ist alles so eine Zeitsache. Aber, auch hier könnt ihr euch mir anschließen oder euch auch ein Lesezeichen machen. Normalerweise sollte ich einen Livestream planen, einen richtigen Livestream, wo ich auch ein bisschen länger was mache. Werde ich vorher ein Video hochladen. Ich werde das auch demnächst so nummerieren, von wegen Livestream 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und etc. Weil mittlerweile kann ich die Videos auch speichern. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Ich habe hier nämlich, soweit ich weiß, Past Broadcasts. Ja, da habe ich noch meinen Teststream von einer Stunde 10 noch drauf. Also ab jetzt speichere ich die Livestreams auch, für immer. Also soweit wie es geht. So, dass ihr sie euch auch noch im Nachhinein angucken könnt. Also Livestreams, Links übrigens alle in der Beschreibung. Sollte eigentlich normal sein. Gut. Also auf Twitch auch LPA93 etc. pp. So, und dann noch meine Facebook Fanpage. Dasselbe eigentlich. Wenn er hin und wieder, jetzt hier vorhin habe ich hier was gepostet. Warte mal da so. Also ja, solche Sachen halt. Über Projekte, was ich gerade mache. So wie jetzt zum Beispiel hier, dass ich jetzt nach Smackdown 2 erstmal einen Ego-Shooter machen will. Solche Sachen gebe ich hier gerne mal so preis. Einfach so just for fun. Ich weiß, haben jetzt nicht so viele. Ist mir aber auch relativ egal. Wen es interessiert, der kann ja ein Like geben. Oder es lassen. Mir relativ leute. Nur, dass ihr, ich weiß ja nicht, ob alle das mitbekommen haben, dass ich so ein Ding fertig gemacht habe. Ist jetzt nicht groß aufwendig. Wie gesagt, darüber könnte er mich auch erreichen. Über, naja, Twitch könnte er mich nicht erreichen. Askfm könnte er mir Fragen stellen. Twitter, ja, kann man auch. Oder mir bei YouTube eine PN schreiben. Könnt ihr gerne machen. So, das war jetzt eigentlich dann auch das, im großen Teil das Social Media Video. Wo ich überall zu finden bin. Links für alles in der Beschreibung. Sind auch generell, eigentlich von allen, ja doch, generell von außer dem YouTube Kanal. Sind auch alle Links jeweils in den Folgen immer in der Beschreibung. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst. Nur, ich weiß, die Beschreibung liest eh so gut wie kein Schwein. Deswegen, nö, wisst ihr Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis denne. Wartet, jetzt muss ich noch beendet. So, bis denne. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020